Die Oldenburg Outlaws, die American Football Abteilung des GVO Oldenburg, trainierte am Wochenende am Falkensteinsee in der Gemeinde Gandakesee. Untergebracht auf dem Campingplatz nutzten die Athleten den Fußballplatz des TV Falkenburg für ihr Training. Die sieben Coaches der Mannschaft verlangten den 41 Spielern dabei eine Menge ab. In voller Montur wurde die Fitness trainiert, Würfe geprobt und verschiedene Spielsituationen durchgespielt. Auch das Tag hin, also das Aufhalten des Gegners, kam dabei nicht zu kurz. Am Ende waren sich Trainer und Spieler einig, nächstes Jahr wollen sie wieder in der Gemeinde Gandakesee trainieren.